Steffel Wir sichern Werte. Unsere Mission Null Korrosion. Steffel präsentiert die Revolution in der mobilen KKS-Messtechnik I-Core-Log. Was Sie bisher an Spezialequipment benötigten. Wartungs- und Intensivmessgerät. Vielfach-Messgerät. Datenlogger. Widerstandsmessgerät. Taktgeber. Eine Messtechnik, die alles beherrscht. Durch die Trennung von Messtechnik und Applikation profitieren Sie auch in Zukunft von der Weiterentwicklung der Smartphone- und Tablet-Technologie. Die sinnvoll aufeinander abgestimmten I-Core-Log-Komponenten ermöglichen es Ihnen immer, optimal auf Ihren Einsatz vorbereitet zu sein. Gehen Sie auch in Zukunft immer mit der Zeit. Eine App für Ihr Smartphone oder Tablet unterstützt Sie bei allen Arbeit. Die I-Core Suite bietet umfangreiche Auswertungs- und Exportfunktionen für die Verwertung am PC. Basierend auf vorhergehende Messungen ermöglicht Ihnen das System immer, die alte Messung oder eine Referenzmessung im Blick zu haben. Das I-Core-Log liefert dank der hochfrequenten Datenerfassung und der digitalen Filterung zu jeder Zeit zuverlässige DC-Werte. Keine verfälschten Messwerte durch AC-Einkopplungen. Dies gilt auch für die Mikrowolt- oder Bodenwiderstandsmessungen. Ob IFO oder Intensivmessung, durch das flexible Handling passt sich das Gerät Ihrer individuellen Arbeitsweise an. Durch die optimale visuelle Unterstützung können Fehler bereits während der Messung entdeckt werden. Teure Nachmessungen werden so vermieden. Allein Sie entscheiden, wie Sie das Gerät nutzen. Lassen Sie sich inspirieren und gehen Sie mit der Zeit. Verabschieden Sie sich von der Vielzahl an aufwendigen und nicht mehr zeitgemäßen Komponenten und nutzen Sie das neue I-Core-Log-System. Ein Produkt, viele Möglichkeiten. Steffel. Wir sichern Werte. Verabschieden Sie sichern. Untertitelung des ZDF, 2020